so islam ich habe jetzt noch mal mit denen geredet mit denen und die haben gesagt ich soll dich spielen lassen bisschen egal wenn du nicht lächelst dann darfst du nicht spielen also bist du ready nein das meine ich nicht noch mal lächeln ich habe die vollgeist angemacht okay wieso was anderes spielen noch eine stunde später oh mein gott der arme vorbei noch eine wette jetzt noch eine wette auf ich die erste runde gewinne dann lasse ich ihn weiterspielen wie wird die leute so 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 warst du erst mal von der ganzen welt wieder von der ganzen welt ja warte 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 ja ich will von hier ich hoffe das geht ja das geht sicher nein hör du ruhig ich brauche nicht an verzögerung nein nein das ist nicht der stream ich gucke über obs warte ist keine glaube ich das ist die das ist die schrecklichste map das ist die das ist die schrecklichste map die es gibt ok ich bin ganz vorne das geht warte ok ok jetzt kommt jetzt kommt das schrecklichste der ganzen galaxie komm schon nein man ah nee falsch nein chill 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 oh my god ja alles gut einfach wieder gewonnen darf ich auch einmal da darf ich auch boah das tat mir im herzen weh aber darf ich auch einmal da ja ja warte warte wenn ich wenn ich wenn ich gleich wenn ich gleich gewinnen ich mache ich mache ich mache bis ich gleich verliere dann darfst du die ganze zeit ok weil ich muss sowieso dann geht der ruhig ok ich gehe doch gleich ins gta roleplay ja das heißt du kannst weiter spielen spielen ich ja auch welchen gta magst du mehr meins oder von i cry max er spielt das gleiche wie du ja er spielt auch GTA 5 aber warum guckst du ihm immer zu und nicht mir sag ehrlich wieso machst du nichts mit spiderman und so spiderman ist langweilig oder mit sonic oder naruto oder one piece die sind nicht so gut und wieso sagst du one piece ist stärker als naruto stimmt ist er wieso guckst du one piece was du guckst one piece das weiß ich nicht oder du guckst dragon ball ich hasse dragon ball raus nein warte oh du sollst mir dragon ball runterladen das ist cool war es dragon ball runterladen das hat mir perfekt wunderschön das hat mich echt hops genommen kippt das hier war komm her komm her komm her komm du musst gucken komm soll ich das spielen nein nein du spielst gleich selber ich oh da bin ich glaube ich gut drinne ja 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 wie ja 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 da bin ich auch gut wie du ne doch siehst du was ist das ja chill doch mal hallo was siehst du was ist das das mach doch kein auge der beste der welt ich bin ich habe das komplett 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 geschafft ich kann das doch auch ich hole den sieg okay soll ich wieder erster der ganzen welt werden ja zeig mal deine muskeln er zeigt er klar legt die kotzen ja okay ja zeigt doch was muss ich dann machen islam kennst du das spiel ich weiß nicht was ich hier machen muss hey warte nein 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 ja liegt im erfahrt es links da bitte nicht ich muss nicht rein ja nicht in die kamera bin hier du bist du für die kamera weißt du doch nein man ich werde das ich werde das verlieren ich wurde abgelenkt ja wie denn aber das aber das geht nicht doch nicht so jahrelat ihr wisst doch wie das ist wenn man kopfhörer an hat und dann richtig laut ja an hat dann schreit man um sein leben man merkt gar nicht wie laut man redet deswegen wollte ich auch keine kopfhörer nein warte chill chill islam oh mein gott ich bin verloren das schaffe ich niemals ich hasse es so etwas durch diese ringe und so zu springen oder ich hasse das da ist da ist noch goldener ring der gibt glaube ich mehrere punkte vorbei ja ja vorbei doch ne das nicht aber ne das nicht aber ah 15 punkte brauchst du ne ich muss durch 15 ringe springen ja oha ja und jetzt wie soll ich das schaffen warte wie viel wie viel 8 von 10 nicht mehr lange ja aber guck mal wenn die anderen das vor mir erreichen guck mal guck mal wer mich weg schiebt oh mein gott da waren drei nein bitte 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 nur einmal mein leben will ich hör auf zu lachen das ist schadenfurcht islam das ist ich bin der schlechteste von allen einmal in dem ganzen leben ja hier ich will dieses spiel nicht mehr sehen ich esse meine wassermelonen ok danke